Hallo liebe Zuschauer, schön, dass ihr wieder reingeklickt habt. Auch diesen Monat packen wir die Z-Box von Zavi aus, die Mystery Box made for Geeks aus dem Hause Zavi. Ja, diese Box kommt zu euch und zwar jeden Monat. Alles, was ihr dafür tun müsst, ist hier unten dem Link folgen und dann bekommt ihr, wie gesagt, jeden Monat so eine tolle Box mit geilem Fanstuff. Was diesen Monat drin ist, wissen wir noch nicht, aber wir packen sie jetzt mal aus. Wir sind voller Vorfreude, denn wir haben Oktober und Oktober ist der Monat, in dem Halloween stattfindet. Also ist das Motto dieser Z-Box Horror. Jawohl, Horror. Und wir packen mal aus. Was habt ihr jetzt erwartet? Was kommt zum Thema Horror? Zunächst einmal Geister. Der Ghostbusters. Das Ghostbusters Logo als Plüschfigur. Das ist aus dem Hause, ich kann es gar nicht sehen. Plushtoy with Sounds. Wo ist Sounds? Oh, cool. Der macht Sounds. Irgendwie. Irgendwo muss man draufdrücken. Ja, also ich spüre hier auf jeden Fall was drin. Batterien nicht inbegriffen. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall sollte der irgendwelche Sounds machen können. Ich packe mal aus, möglicherweise. So, ja genau. Ist vielleicht gar keine Batterie drin. Doch, sind Batterien drin. Sollten Batterien drin sein. Also da ist hier hinten diese, ja, so ein Batteriebehälter. Und, ja, wenn man irgendwo draufdrückt, sollte er Sounds machen. Ja. Kaputt. Ne, ich verstehe es nicht. Auf jeden Fall so schaut er aus. Das ist das Ghostbusters Emblem als Plüschfigur. Und das Ganze macht auch Geräusche. Aber wie, wann, wo, ich weiß es nicht. Irgendwie funktioniert das nicht so richtig. Also ich merke hier ist auf jeden Fall irgendwas drin. Aber ich kriege es gerade nicht ans Laufen. Also der macht irgendwelche Geräusche. So, dann haben wir, passend zu dem Ghostbusters Glühfigürchen, auch noch ein paar schicke Ghostbusters Socken. Ja, das ist Lootwear exklusiv. Da haben wir einmal hier oben in schönem Slime grün. Und dann hier oben auch das Logo drauf. Und die Unterseite schaut aus wie die Geisterfalle. Also die Falle, mit der die Ghostbusters die Geister einfangen. Und dann ist er drin. Tolle Sache. So, weiter geht es jetzt. Also bisher, das war ja kein richtiger Horror. Aber wir haben noch richtigen Horror. Denn wir haben auch ein T-Shirt wieder mit dabei. In meinem Fall ist das in 4XL. Also ihr könnt diese T-Shirts im normalen Laden. Da kriegt ihr XXL. Und das ist meistens schon das Optimum. Bei Zavi kriegt ihr auch T-Shirts in 4XL. Falls ihr auch so gerne Nachos esst wie ich. So, das ist ein T-Shirt zum Film Shining. Das heißt, ja, der Film von Stanley Kubrick basierend auf dem Roman von Stephen King. Wobei Stephen King mit der Verfilmung gar nicht so zufrieden war. Aktuell, oder jetzt in Kürze, folgt auch die Fortsetzung Dr. Sleep. Ich bin schon ganz gespannt. So, das T-Shirt ist ganz in Rot gehalten und hat auf der Brust nur diese Axt, mit der der Jack Torrance die Tür eingeschlagen hat und seiner Familie ans Leder wollte. Das allerdings auch nur in Stanley Kubricks Filmversion. Denn im Buch macht er das Ganze mit einem Cricketschläger. Ist ja aber auch egal. So, daher sehen wir auch, jawohl, das T-Shirt ist ein Merchandise-Produkt des Kubrick-Films. So, weiter geht's mit einer tollen Figur zu Chucky. Chucky die Mörderpuppe. Richtig coole kleine Figur von Funko. Das ist jetzt keine Funko-Pop-Figur, sondern wirklich so eine kleine Funko-Figur. Und hinten drauf sehen wir noch, es gibt auch Jason Voorhees, Freddy Krüger und Pennywise, den Clown aus dem Film S. Und hier halt noch den Chucky, den Charles Lee Ray. Und das ist auch die Figur aus der alten Filmreihe. Ich mach die mal auf, so könnt ihr euch das mal anschauen. Und damit der Chucky was zum Spielen hat, ist ja Charles Play. Er hat ja auch noch ein Messerchen mit dabei und eine Voodoo-Puppe. Ich hole das einfach mal raus, dann könnt ihr euch die Puppe mal genauer anschauen. So schaut er aus. Ja, er guckt schon ziemlich garstig, der kleine Chucky. Böse, böse. Ja, und den Kopf, den kann man auch bewegen. Hehehehe. Hast du mich vermisst, Andy? Ich hab dich vermisst. Hehehehe. Na ja, ihr wisst schon, Charles, Lee Ray, Chucky, die Mörderpuppe als kleine Funko-Figur. Man beachte die Feinheiten, richtig schönes Figürchen. Und dann haben wir hier, wie ich eben erwähnt habe, noch ein Messerchen, damit der kleine Chucky auch zustechen kann. Und eine kleine Voodoo-Puppe, damit der Chucky auch was zum Spielen hat. Denn die Filmreihe heißt ja im Original Child's Play, also Kinderspiel oder Kinderspielzeug. Ne, Kinderspiel. Ein Kinderspiel. Oder, ja, Kinderspiele. So, das ist diese Funko-Figur. Und wir haben auch noch eine Funko-Pop-Figur mit dabei. Und zwar hätten wir den Lucas aus der Serie Stranger Things in seinem Ghostbusters-Outfit. Das heißt also, das ist eine Funko-Pop-Figur der zweiten Staffel Stranger Things. Wir haben hier die ganzen Figuren aus der Reihe. Die gibt es alle als Funko-Pop-Figuren. Und diese Funko-Pop-Figur mit dem Lucas, die packe ich euch auch nochmal gerade aus. Das ist quasi der Lucas in seinem Ghostbusters-Outfit, das er an Halloween trägt. Am Anfang der zweiten Staffel der Kultserie, der Netflix-Kultserie Stranger Things. Wir packen ihn mal rum. Äh, ausgepackt habe ich ihn schon. Wir drehen ihn mal rum. Wir sehen hier hinten auch diesen, ähm, ja, diesen Protonen-Strahler. Richtig cool. Allerdings ist er selbst gebastelt. Ich finde das auch richtig schön hier. Da sieht man schon, dass das irgendwie so ein Staubsaugerrohr ist. Also es sind die Feinheiten, die die Funko-Pop-Figuren ausmachen. Ich finde, das ist so, so, so grob irgendwie. Und trotzdem voller Feinheiten. Auch hier kann man den Kopf bewegen ein bisschen. Ist keine Wackelkopf-Figur, sondern eine, ähm, wie nennt sich das? Vinyl? Vinyl-Figur. Eine einfache, einfache Vinyl-Figur. Ja, wieder mal ein tolles Paket. Für mich als Horror-Fan natürlich ein absolutes Highlight. Und, ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, bisher ist das die coolste, äh, Z-Box, die ich bisher für Filme.de auspacken durfte. Schon alleine, weil mir das Thema so liegt. So, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ihr auch so eine Box haben wollt, ich hab's schon gesagt, ich sag's nochmal. Klickt unten auf den Link, folgt dem weißen Kaninchen und, äh, ja, bestellt euch eure eigene Z-Box noch heute. Bis zum nächsten Mal, danke für die Aufmerksamkeit und, ähm, ja, schaut bei Filme.de vorbei. Da kriegt ihr alles, was ihr über Filme wissen müsst, wollt und so weiter und so fort.